Genau, wir hatten ja gestern und vorgestern die Tanzworkshops bei den Urban Industry aus Amerika, aus Washington. Ihr seht gerade zwei von den Künstlern auch hier. Wir haben gerade die Kinder aus den Workshops und wir laden einen jetzt ein bisschen zu jam. Weil so entsteht auch Hip-Hop beim Freestyle. Die bereiten sich gerade ein bisschen vor. DJ Erhan aus Düsseldorf gibt uns gleich Musik. Naja, und wer will, kann auch natürlich mittanzen. Okay, ich glaube, Erhan? Okay, viel Spaß, bis gleich. 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 Das war's. 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 Das war's.